Hallo und herzlich willkommen YouTube, zurück zu einem neuen Video von mir, Cybertrix, und heute mal ein ganz anderes Video, und zwar eher so eine Art Ankündigungsvideo. Und zwar, ich veranlasse mir einen neuen Account zu erstellen bei YouTube, der wird Cybersoft heißen, wer hätte es gedacht, das Design und so weiter werde ich da ein bisschen anpassen, ein bisschen verändern, aber im Grunde wird das alles das gleiche sein. Ähm, ich möchte kurz erklären, warum ich das mache, und dass ich das besser finde. Und zwar, auf Cybertrix lade ich ja zur Zeit Videos hoch, ähm, einmal Gameplays, beziehungsweise Let's Plays hier von Minecraft, Counter-Strike, City Skylines, aber ich lade auch gleichzeitig hier so Tutorials hoch, so Programmierungstutorials. Ob das jetzt für Visual Basic ist, ob das irgendwann für Java ist, PHP, HTML, es gibt ja tausende von Script-Sprachen oder C-Sharp, das ist ja völlig egal. Aber ich möchte das Ganze ein bisschen trennen. Und zwar für die Leute, die das dann interessiert, die dann nur diesen Kanal haben, die dann zum Beispiel keine Benachrichtigung bekommen, wenn ich ein Gameplay hochlade, um das Ganze zu differenzieren und auch für mich leichter zu machen. Da wird dann, auf dem anderen Channel wird dann nur noch Content kommen zu, äh, Programmierungssachen, zu Tutorials. Das müssen aber nicht nur, äh, Programmierungstutorials sein, das können auch zum Beispiel zu Windows, zu Server-Software, grundsätzlich zu Software sein, die einem eher helfen, mit der Software klarzukommen und womit ich gute Erfahrungen habe. Ähm, und auf dem Cybertrix-Channel werden, äh, dann halt die Gameplays kommen. Ähm, warum ich das jetzt auch mache, aus dem Grund, da ich zur Zeit ein bisschen inaktiv bin, das liegt daran, dass ich jetzt zur Zeit nicht so viel Zeit habe zum Zocken. Und ich zur Zeit, muss ich ganz ehrlich auch sagen, nicht die Lust habe, irgendwas aufzunehmen, weil nicht, dass es viel Arbeit ist, das stimmt, aber das, wenn ich das aufnehme, dann mache ich das auch. Ähm, aber ich muss sagen, die Software interessiert mich mehr zur Zeit. Also ich würde, ich programmiere mehr, als ich zocke. Und das ist dann natürlich auch für euch zum Vorteil, für die Leute, die sich das dann auch aneignen wollen, die was lernen wollen, da kann ich dann komplett von neu anfangen, da kann ich dann machen, was ich möchte. Und ich werde dann auch, sozusagen, die Tutorial-Reihe, die ich auf dem Channel hier angefangen habe, mehr oder weniger beenden, aber gleichzeitig auch wieder anfangen, nur in einer besseren Ausführung. Weil es gibt tausende von Sachen, die man am Anfang hätte besser machen können. Und das Ganze, das habe ich hier angefangen, wann habe ich das angefangen? Vor gut 5 Monaten. Seit 5 Monaten, äh, vor 5 Monaten habe ich, oder seit diesen 5 Monaten habe ich eine Menge dazugelernt, was gerade Visual Basic angeht und was auch Grafikprogrammierung angeht. Ich habe ja hier auch schon eigene Designs, ab hier ungefähr habe ich, glaube ich, das neue Design eingefügt, ähm, ab, ähm, hier. Hier sieht man schon immer mit Grün und alles und jetzt hier so richtig mit Design und alles. Und das werde ich auch, ähm, da natürlich auch weiterführen, keine Frage. Werde das aber ganz nur ein bisschen verfeiner und ganz schöner machen. So, natürlich den Link zu dieser Seite, also die Page habe ich natürlich schon erstellt. Und, ähm, ich werde dann auch natürlich einen, äh, einen Link zu der Seite hier hochladen, wo ihr dann wieder, ihr da draufkommt und alles Mögliche. Und die Leute, die Lust haben, da weiter dabei zu sein, die können mich dann gerne abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu sein. Wenn euch das zwar nicht interessiert, dann habt ihr euch das Video jetzt komplett umsonst angeschaut, aber das ist ja auch kein Problem. Denn, so lange geht das jetzt gar nicht. Auch noch anzusprechen, und zwar, ich habe mich vorhin drangesetzt und in HTML, CSS und so, ach, CSS. Ja doch, das heißt, glaube ich, CS, die Sprache. Und, ähm, JavaScript, äh, eine Homepage geschrieben, mehr oder weniger alleine. Mir hat auch eine kleine Vorlage ein bisschen geholfen, die ich ein bisschen abgeändert habe in einigen Punkten. Die möchte ich euch auch kurz zeigen, und zwar auf www.cybertricks.de. Die habe ich jetzt mal Cybersoft sozusagen genommen, die virtuelle Firma. Ähm, dieses Video, was ich jetzt hier gerade aufnehme, wird dann hier auf diesem Button erstmal sein. Oder später wird dann ein anderes Video kommen. Auf jeden Fall möchte ich euch die kurz vorstellen. Hier ist dann unser Team, ähm, und ich suche auch noch Leute, die sich damit ein bisschen auskennen. Von mir aus, ihr könnt auch gerne Neulinge sein, dann kann man gut Seite an Seite zusammenarbeiten. Und, äh, das Ganze sich ein bisschen aneignen. Also, ihr seid herzlich eingeladen, wenn ihr ein bisschen Ahnung habt. Sprecht mich einfach mal darauf an, wenn ihr Lust habt. Ähm, und vielleicht arbeiten wir an eigenen Projekten zusammen. Ich habe jetzt einfach mal zwei Beispielprojekte von mir reingetan, schon mal. Cyber Core und Cyber Fire. Ja, ich nenne gerne meine Projekte alles mit Cyber, ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie eine Aneignung von mir. Und hier kann man die dann sich downloaden. Das funktioniert noch nicht. Noch nicht. Ich mache das nachher noch. Und, ähm, oder die Tage, wenn ich dafür Zeit finde. Und hier kommen dann noch später andere Projekte hin. Und hier kann man mir auch eine Mitteilung schreiben. Wenn man einen Bug in einem Programm, natürlich sollte man das Programm mit dabei schreiben. Welche Version und alles. Eine Benachrichtung oder eine Nachricht. Oder eine Idee, was man programmieren könnte. Oder grundsätzlich irgendwas könnte man mir dahinter lassen. Und natürlich ist das alles noch im Aufbau. Und, äh, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal bei mir vorbeischaut. Und das war's dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.